Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen GTA San Andreas. Ja, wie sollte es anders sein? Ich bin zurückgefahren, weil ich speichern wollte. Ich wollte dann wieder hierher fahren, damit wir sie wieder daten können. Sie hat mich dann aber angerufen, als ich abgestiegen bin und hat mir gesagt, die Karte liegt hier. Und sie ist damit einverstanden, wenn ich es mir nehme. Sie will aber einen Anteil haben. Oh, ihr kleines Liebesnest hier. Sie will aber einen Anteil haben. Ja, das war letztendlich das Gespräch. Wir konnten jetzt hierher die Schlüsselkarte holen. Jetzt ruft er bestimmt gleich, wenn wir absteigen, Wusi an. Wir können ja schon mal zum Hotel wieder fahren. Äh, zum Casino. Hotel. Denn ich glaube, da werden wir dann als nächstes das Casino ausrauben. Oh. Ich glaube, deine Daumen-Ecke waren wir noch auf dem Waffenladen, ne? Da fahren wir auch kurz vorbei. Ich glaube, die Daumen-Ecke waren wir noch auf dem Waffen-Ecke waren wir noch auf dem Waffen-Ecke. So. Mal sehen. So. Mal sehen. Danke dir. Die ist so kackteuer, ne? Gut, soll reichen. Scheiß, dass ich meinen Raketenwerfer nicht mehr habe. Ehrlich jetzt. Ich hätte lieber meinen Raketenwerfer als... ... 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 Dann fahren wir jetzt zu Mad Dog oder machen wir Fahrschule da oben fliegen. Nein, wir fahren erstmal zu Mad Dog. Vielleicht müssen wir auch erst ihn fertig haben oder so, ich weiß es nicht. Hallo? Karl, es ist mir, Kent. Die Leone Familie hat ihre Bewegung. Salvatore ist hier. Jetzt hat er über Gallagula genommen. Ah, da oben beim Würfel gibt's wieder was. Und fahren wir da hin. Er sagt, es heißt, dass die Triaden hier auftauchen wollen. Also muss er ja was wissen. So? Vielleicht hat doch Wusi gepetzt. Wer bist du denn? Ja, 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 ja. Was haben wir hier? Hier ist dein Sandwich. Wer ist diese schöne Sache? Ich hab das nicht immer so gemacht. Ich liebe diese Frau. Was ist dein Name, Kind? Maria. Und die Service ist nicht included. Ich bin die Frau, du schweig. Du hast gehört, die Zähne. Komm schon. Ich bin die Frau. Ich bin die Frau. Und wer ist das? Karl Johnson, Herr. Vor dem Arbeit mit Herrn Rosenberg hier, ich hatte den Glück mit deinem Sohn, Joey, in Liberty City. Du kennst meinen Joey? Ich mag das. Also, Kind, was kann ich für dich machen? Well, Kind, ich bin ein straighter. Oh, ein Mann, ein Armee. Real dependable. Total fucking maniac. Du kennst die Ferellis schießt eine Crew, um mich zu schießen. Der Flug wird in bald. Gehe als String Quartet. Ich hatte einen Mann, als ein kleine Komitein. Aber vielleicht kannst du das vor. Danke, Herr. Ich versuche dich, das nicht zu retten. Häftig. Die hängen da einfach rum. Einer hat mein Motorrad gehackt und das Radio angemacht. Ich verruge mich nicht zu retten. Das ist ein halbisch! Es wird mir ganz einfach rum. Geschwindig. Die Zeit der Unterricht steht. Toll, da war auch ne Weste. Äh. Was soll ich machen bevor Wasser entwohlen kommt? Die Maschine mit den Killern soll bald landen. Fang das Flugzeug ab bevor es in das Venturas ankommt. So. Und wie? Ich kann doch gar nicht schießen. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. I ain't going down without a fight. I ain't going down without a fight. Schönes Teil aber. I ain't going down without a fight. I ain't going down without a fight. 15.000 Flocken gab's dafür. Wow. Hoffentlich steht mein Motorrad da noch. Carl, you get that dossier? Yeah, I got the files. What you want me to do with them? We need to meet up someplace quiet and take care of things. There's a ghost town, Las Brujas, in the Devil's Castle. You know it? Yeah, I'll find it. I know you will. I'll see you there. Carl. Hmm. Ah, there's one. Nice. Nice. Schön. So. Come on. Mad Dog. Besser, oder? Besser, oder? Besser. Die müssen wir alles kommen. Nee. Okay. Wollen wir da alles kommen? Nee. Nee. Ja. Wirklich. ... Es wird alles kommen. Nee. 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 Au! Leck mich doch am Arsch, Mann! Ich habe noch nie gemerkt. Gut, gut! Mad Dog. What you doing up there, fool? Come on, don't jump already. Do I know you? I don't think so, just shut the fuck up. This is the end. It's over. Get a grip, dude. Get a grip. You still got it? You still gangsta? I don't give a fuck no more. My manager got killed. Some assholes stole my rhyme book. Shit is rough. All the kids like this Loco G or whatever the fuck his name is. Some fake ass gangster rapper bullshit. Liquor's my only friend. Come on, dog. You just need a new manager, baby. You looking at him. I hate y'all. Just come in off that ledge, man. Hey, don't fuck him out of jumping. We got good money on this. Yeah, good odds, too. Damn, this town is cold. Man, jump. Stay the fuck away. Stay the fuck away. I'm the best rapper in the universe. I'll jump. I'll jump. Hell no. I gotta catch this fool. What? Nimm den Truck. Fuck. Is voll wichtig, man. Jump, you fool. Brandy, goddammit. Get the brandy. You won't be needing those fancy clothes. Goodbye, cruel world. It's gonna set you free. It's gonna set you free. Now do you need it. Jump, it'll save your career. Goodbye, cruel world. Good luck. Oh, it's going to run. Oh, it's going to run. Oh, you got it. Oh, I got it. Oh, it's going to be a good. Okay. Time to take your sorry ass to rehab, you drunk idiot. Am I still the top rapper, Jew? Best ever was. Second to nobody else, homeboy. And the name's Car. Thanks, Car. Wir haben doch das Buch geklaut, oder? Für OG Lock, oder wie der hieß. Das ist wohl die Kehrseite der Medaille. Das ist wohl die Kehrseite der Medaille und dann können wir uns zurück in die Studie zurückkommen. Karl. Was? Wenn ich clean werde, werde ich einen neuen Manager. So, Mad Dog ist auch fertig. Meint ihr, unsere Freundin ist da? Wollen wir vorbeifahren? Warum geht unser Radio einfach an? Du solltest mich jetzt töten! Du solltest mich töten! Ich bin Bamer! Mein Freund ist da. Aber wir brauchen es ja eigentlich auch nicht mehr, ne? Naja. Gut, was machen wir als nächstes? Entweder fahren wir als nächstes hier hinten hin. Zu Mr. Tenpenny. Oder aber wir fahren erstmal zur Fahrschule. Hier ist auch einer. Was ist denn das? Bestimmt Boot oder so, ne? Entweder machen wir die Flugmission erstmal fertig oder wir fahren erstmal hier hin. Ich glaube, wir machen die Flugmission, oder? Jetzt sind wir so viel geflogen. Ach, wir werden sehen. Ich hoffe, dass die Raubmission von dem Casino bald wiederkommt. Ja, und euch. Hoffe ich, hat es gefallen? Lasst mir gerne was da. Passt auf euch auf. Und wenn ihr Bock habt, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.